Mein Name ist Eva Steinberg, ich bin von der EGS Nienburg, organisiere hier auch die Berufs- und Studienorientierung. Wir haben hier heute an der EGS eine Berufsmess-Infektion mit RegioSafe organisiert für die 8. und 9. Klassen. Uns ist besonders wichtig, dass die 8. schon rechtzeitig einen Einblick bekommen, was es für eine Vielfalt in der Berufswelt gibt. Und die 9. haben hier auch die Möglichkeit, schon mal Praktikumsplätze sich anzuschauen, vielleicht auch schon mal mit dem Unternehmen konkreter in Kontakt zu kommen. Und wir hoffen, dass das hier ein voller Erfolg wird. Hallo, ich bin Otis, gehe hier auf Drogen.is und ich habe mir das hier bei Ader mal angeguckt. Ich finde das eigentlich ganz cool, vor allem wegen IT-Bereich und so, Software-Administrator und hier so mal die Sachen zu programmieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hallo, ich bin Carla, ich bin jetzt von der EGS Ruttenburg und ich fand die Berufsmess-Bereich sehr schön. Und ich habe hier viele Sachen geguckt, aber ich habe hier eine Kosmetikschule, weil ich irgendwann gerne was mit Menschen mache. Aber ich würde wahrscheinlich eher so sein, dass ich erst mal studiere und dann gucke, was ich mache. Ja, wir fanden es recht positiv, dass die Schüler großes Interesse gezeigt haben, Fragen gestellt haben, und sich tatsächlich dafür interessiert haben, in welchem Beruf wir arbeiten und mit was für einem Material wir hier gerade arbeiten. Und auch tatsächlich aktiv nachgefragt haben. Ich fand es soweit positiv, dass die Kinder sich für unser Handwerk interessieren. Wir werden nicht jeden zum Handwerk bekehren können, aber man kann sicherlich sehen, dass welche handwerklich geschickt sind und sich in diese Richtung bewegen wollen und werden. Ja, also ich bin Lele, komme von der EGS Ruttenburg und mich interessiert der Beruf Rettungsdienst sehr, weil ich finde den Beruf allgemein interessant und ich finde es auch schön, Menschen zu helfen. Und ich finde, dass diese Berufsmessung hier gut ist, dass man auch viele Informationen zu den Berufen kriegen könnte. Ich denke, so 30, 33 Aussteller sind hier und ich finde, dass es eine super gelungene Ausstellung ist. Und um allen Schülern schon ab der 8. Klasse in vielen Bereichen Einblick zu geben, ungezwungen mal in den Beruf reinzuschnuppern und erste Kontakte zu knüpfen. Und sich vielleicht auch für später mal zu überlegen, wo möchte ich vielleicht nochmal ein Praktikum machen oder in welche Richtung könnte es überhaupt gehen. Weil ich denke, von vielen Ausbildungsberufen kann sich eigentlich gar keiner in so jungen Jahren schon unbedingt eine Vorstellung machen. Ich bin Jol, ich habe mich hier an der Hochschule Hannover informiert. Ich habe hier einen Blinky Bär gemacht und ich könnte mir vorstellen, sowas auch noch später zu machen. Ich bin eher als hier in der 8. Klasse und mich interessiert in einem wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel Rode und Gral und vielleicht Stadtverwaltung. Und ich würde mir vorstellen, dass ich in einem Job sehr viel mit Computersachen machen würde. Und ich bin gut in Deutschland. Aus meiner Sicht war die Messe sehr gut, dass wir hier mit vertreten waren. Wir wollen uns hier ins Gedächtnis bringen bei den Schülern. Auch deswegen machen wir das kontinuierlich und haben das auch weiterhin zukünftig vor, das so zu machen, um die 8. Klässler, 9. Klässler, 10. Klässler einzufangen und aufzufangen, eben immer mal wieder die Neuerungen auch mitzuteilen. Was wir merken ist, dass die Schüler aus dem 8. Jahrgang sehr interessiert sind. Es gibt natürlich auch welche, die zum Beispiel Abitur machen wollen, die noch weit davon entfernt sind, die noch einige Schuljahre vor sich haben und das auch ein bisschen noch locker und spaßig nehmen. Aber wir haben auch schon gute Gespräche geführt und wir freuen uns auf die nächsten Jahrgänge. Ich bin schon vielleicht noch nicht zu dem Ganzen.